Hochschulen und Universitäten kennen die Herausforderung einer überschneidungsfreien Stunden- und Ressourcenplanung. Während an einer kleinen Dorfschule die Aufgabe noch an der Wandtafel zu bewältigen ist, stehen größere Bildungsinstitutionen, selbst mit dem Einsatz digitaler Systeme, vor einer komplexen Herausforderung. Mathematiker sprechen hier von einem NP-vollständigen Problem. Eine Problemstellung, die aufgrund der Fülle der sich beeinflussenden Faktoren nicht in absehbarer Zeit gelöst werden kann. Wir von Queerlogix präsentieren Ihnen nun den CLX-Planer, der dank evolutionärer Algorithmen bisher unübertroffene Resultate garantiert. Bekannt aus der Robotik bei Systemen mit künstlicher Intelligenz, basiert die Lernfähigkeit dieser Software auf einem im Grunde simplen Prinzip. Evolutionäre Algorithmen rechnen, basierend auf Darwins Evolutionstheorie, Generationen von Lösungen und finden mittels Selektion, Rekombination und Mutation das angestrebte Optimum in Sekunden. Denkbare Alternativen immer inklusive. Dank Schnittstellen zu bestehenden Campus-Management-Systemen wird Ihnen das erneute Einpflegen in den Ihre Daten erspart und Sie können diese weiterverwalten wie gewohnt. Sie bestimmen die Rahmenbedingungen und Prioritäten. Unser System erledigt den Rest. Unübertroffen in Einfachheit und Effizienz. Der CLX-Planer von Queerlogix.